Die Nacktheit des Seins Ein Channeling von Miroslav Großer Die Nacktheit des Seins ist der Schlüssel zum Glück, wenn du Glück mal für dich definierst, als das hundertprozentige Ja zu dem, was jetzt ist, definierst. Denn im Zustand des Glücklichseins möchtest du an diesem Jetzt-So-Sein nichts verändern. Es ist ein Zustand, in dem du ein vollkommenes Ja gibst zu dem, was jetzt gerade ist. Dieses Ja zu der puren Nacktheit des Seins, so wie es ist, kannst du nutzen, um aus deinem jetzigen Zustand in den Zustand des Glücklichseins hinüberzugleiten. Denn auch in diesem Moment ist ja die So-Seintheit des Jetzt-So-Seins gegeben als etwas, was du freien Willens bejahen kannst. Doch oft deshalb nicht tust, weil in dir Konzepte existieren, darüber, wie das Sein sein sollte, und wenn es dann nicht so ist, wie es deinem Konzept entspricht, dann bist du, so wie viele andere Menschen auch, in bestimmter Weise unglücklich, in dem Sinne, dass du eben kein hundertprozentiges Ja zu der Situation geben kannst und magst. Deshalb ist unsere Einladung, lass das Sein in seiner Nacktheit sein und ziehe ihm kein Konzept an, wie ein Kleidungsstück, was missfallen kann. Wenn du es lässt in seiner Nacktheit, dann gibt es keine Kleidung, die du kritisieren könntest und auch nichts anderes sonst, denn es gibt ja nichts, was änderbar wäre, wenn nichts an dem Sein dran ist, was geändert werden könnte. Und erkenne dies als eine Tatsache, dass das im Moment, jetzt, gerade, so genau für jeden einzelnen Augenblick zutrifft. Er kann jetzt nicht anders sein, dieser Moment, als wie er jetzt gerade ist. Dieses Jetzt bleibt sozusagen in seiner Nacktheit, egal, wie viele Kleider du ihm überwirfst, diese sind alle nur in dir. das Sein an sich bleibt alle Zeit nackt. Dies zu erkennen und anzuerkennen als eine Tatsache wird dich befreien von dem, was im engeren und auch im weiteren Sinne als damit unglücklich sein bezeichnet wird. Nämlich als ein Zustand, in dem du ein wie auch immer geartetes Nein zu der Situation gibst, sei sie im Außen oder im Innen oder in einer Kombination, was jeder Moment ja in Wahrheit ist. jeder Moment ist eine Kombination aus deiner Innenwelt und der Außenwelt. Und das Bejahen der Nacktheit des Seins kannst du trainieren, indem du dir diese Kombination der Außen- und Innenwelt aufteilst und erstmal mit der einen Welt beginnst. Also welche liegt dir näher zu welcher kannst du eher ein hundertprozentiges Ja geben. Was nicht heißt, dass es so bleiben braucht. Es kann sich wandeln in jedem Moment neu. Dieses sich wandeln ist auch etwas, was du mit steuern kannst. Und du kannst es umso besser, umso hundertprozentiger du die Realität und Wirklichkeit des jetzt so seienden Moments anerkennst und dich mit ihm bejahend verschmilzt. Denn so kannst du ihn am ehesten ändern, weil du dann dieser Moment ja selbst auch bist, wenn du dich mit ihm verschmolzen hast, aus diesem hundertprozentigen Ja heraus. Was dir dann ermöglicht, Wandel zu bewirken durch Wandel in dir. Und dieser Wandel ist und bleibt nackt wie das Sein Selbst. Sein und Wandel sind miteinander verwoben wie das Wasser und seine Ufer, wie der Himmel und die Wolken wie die Sonne und die Blumen. So genieße die Nacktheit des Seins jetzt und in jedem Augenblick, indem du wählst, dies zu tun. Spüre den Unterschied, wenn du das Sein lässt in seiner Nacktheit und wenn du es bekleidest, wähle bewusst, wenn du dem Sein eine Identität anziehst, denn dies ist kein Grund nicht glücklich zu sein mit dem Moment, wenn du weißt, dass das Sein unter dem Kleid, was du ihm anziehst, immer nackt sein und bleiben wird, so wie du selbst es ja auch bist unter all deinen Kleidern, die du trägst und wechselst an jedem einzelnen Tag. In diesem Sinne wünschen wir dir ein gutes Miteinander zwischen der Nacktheit deines Seins und den Kleidern, die du ihm anziehst.